wofür ich muss jetzt gar nicht so genau treffen ok ok m genau so klack 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 ähm wie jetzt hier gibt es gar nichts bin ich aber enttäuscht ja so ja ich werde auch eine grüße aber kann man nichts ändern so festhalten das war knapp aber wir kriegen das doch und jetzt langsam immer besser hin ja auch das sind 3d welche sich auch mal interessant so wo sich denn jetzt hin da oben müssten wir mal hin und ich habe gerade noch keins wirklichen plan durch jetzt hinfahren das ist jetzt irgendwie so glücks versuch wo ist der kristall kristalli ja wie gesagt ich habe jetzt irgendwie kein thema mehr was mit so auf anliebe weil das jetzt wirklich mehr so spontan aber ja ich glaube ich bin jetzt momentan auf das spiel stehe ich jetzt auf dem kopf oder okay wo ist dieser kristall ich höre ihn aber ich sehe ihn nicht und schon bewegt uns direkt von dem und da bieten uns auch weg was könnte dem felsen sein wo weiß ich jetzt noch nicht so glücklich werden hoch ich habe jetzt relativ viel unten die anzeige klick wenn ich jetzt nach dir vorwärts gehen du musst es sein ich habe gesichtet dann über und dann über und dann über sonst gibt sie nichts mehr jetzt ist mir gerade wieder ein thema eingefallen ich glaube aber das habe ich mir noch auf fünf minuten weil sonst muss ich einen cut genauer zwischen rein machen und das will ich jetzt irgendwie doch nicht für das neue thema aufklappen aber gut dass wir hierher kommen sind jetzt wirklich fast nicht gesehen so oben haben wir wieder Blümchen 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 aaaah so ok haben wir oben also auch wieder eine Lande Plattform gefunden für uns jetzt ist nur die Frage ja siehst du die Frage ja die Frage ist wie komme ich hier wieder weg ah cool so haben wir da irgendwie was zum hochwachsen ah ok gut so wo müssen wir die Zeit schauen ja äh ne die will ich jetzt nicht da drüben müssen wir hin so ich sehe ich jetzt auszucht das da drüben so mal schauen na so noch bis hin bis hin bis hin bis hin bis hin hey hey so ich wollte nur ein Wachstumstäbchen ein Stöppelein das fix ähm wo da oben und dann schnappen wir uns doch den da unten mal so genau den da will ich haben war so eine knappe Sache so dann lieber so ja hoch ja hier Richtung bitte nein nicht so hoch darüber darüber habe ich gesagt darüber erzählte einer von na gut war klar das hat schafft man aber trotzdem hätte ich mich schon genug gefreut wenn man ein bisschen weiter kommen werden aber egal es wird auch da wieder hochklettern das ist alles ein zeitschein der reihe ist bei mir gibt es nichts was irgendwie ungeplant wäre so zeit in der rei damit ich jetzt genug zeit habe für mein weiteres thema so anspringen ja eindeutig so was anders mache ich gar nicht so ich sind nur zeit mehr klicks zu bekommen ja ist klar nie natürlich nicht bloß ihr habt jetzt jetzt langstern gewöhnen dann die bisschen auch auf die auf die folgen achte wir gehen schnittsetzungen alles hat wie eine ganz gepasst so auch noch da oben sind sollte die folge auch damit um sein also da müssen die folgen momentan muss holen 10 11 Minuten lang jetzt sind es zu ziehen die kraft mal schauen ob sie es immer mehr ändert da hoch nein da gehen ja da und zum abschluss dieser folge doch gehen wir an ... und angetaucht ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.